Ja, liebe YouTube-Freunde, was da der Bauerhausi heute ist, Donnerstagmorgen in Saint-Tipolis, Saint-Tipolis, ah, France, oui, oui. Viertel vor neun, Kaffee-Time bei Bauerhausi. Und der Stopp oberhalb von Neuenburg, in der Schweiz wieder. Ja, liebe YouTube-Freunde, mittlerweile in Bern angelangt, Bern-Wankdorf-Center, hier ist heute Donnerstag grosse Brunkos-Ausfahrt, das hat Tradition immer, Auffahrt, Brunko-Ausfahrt. Es ist jetzt 13 Uhr, in Kürze startet da die Brunko-Ausfahrt, der Bauerhausi bleibt aber hier im Wankdorf-Stadion. Ich mag da nicht mit 600 anderen Motorrädern unterwegs sein. Ich werde nur ein bisschen filmen. Ich werde nur ein bisschen filmen. Vielen Dank.